Und los geht's mit dem nächsten Produkt, meine Damen und Herren. Und da bitte ich Sie mal richtig um Ihre Aufmerksamkeit und vielleicht auch etwas Konzentration. Es geht nämlich darum, Leben zu retten. Und das ist wirklich so. Das ist kein Scherz, sondern das ist die nackte Wahrheit. Leben retten. Wie kann man das, meine Damen und Herren? Das wird Ihnen der Kai sagen. Genau, das tue ich auch. Also erstes Mal müssen wir mal mit einem Vorurteil aufräumen, was bei vielen Leuten heute noch der Fall ist. Wenn bei Ihnen mal was passieren sollte und Sie rufen die 112 an, dann brauchen Sie sich keine Sorgen darum zu machen, dass das irgendwas kosten würde, sondern wenn Sie wirklich in einer Notsituation sind und Feuerwehr und Notarzt sollten kommen, dann kommen die. Und das wird ganz normal, wenn Sie Kassenpatient sind, mit Ihrer Kasse abgerechnet. Als Privatpatient kennen Sie es, da kriegen Sie die Rechnung, reichen das zu Ihrer Kasse ein. Und dann passiert das auch. Wichtig ist uns einfach mal zu sagen, dass die 112 einfach eine lebensrettende Telefonnummer ist, die Sie unbedingt nutzen sollten. Warum reite ich auf der 112 so rum? Weil wir Ihnen jetzt hier ein ganz einfaches Seniorenhandy anbieten, was unseren sogenannten Garantruf integriert hat. Hier ist es und unser Garantruf ist wirklich eine ganz tolle Sache. Sie sehen diese große SOS-Taste hier auf unserem Handy. Und da ist es so, wenn ich auf diese Taste drauf drücke, länger als eine Sekunde, dann verschickt dieses Handy, was Sie gerade hier sehen, unser Seniorenhandy, fünf SMS an vorher eingespeicherte Nummern. So, damit fünf Leute sofort wissen, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Da können Sie zum Beispiel jetzt in den Text auch reinschreiben, ihren Namen, vielleicht eine Vorgeschichte von einer Krankheit, damit jeder sofort weiß, was Sache ist. Vielleicht schicken Sie es auch direkt an einen Hausarzt. Und wenn nach drei Minuten in diesem Falle bei diesem Handy nichts passiert und sich keiner zurückmeldet, dann ruft dieses Handy automatisch, und jetzt kommen wir eben auf die Nummer, bei der 112 an. Das Handy schaltet auf Freisprechen. Wenn Sie in einer Notsituation sein sollten, haben Sie sofort Hilfe parat. Und dann ist es vielleicht auch am Schluss nicht so schlimm. Also ich finde, diese Notrufgarant-Handy ist von uns eine ganz tolle Sache. In über sechs Jahren weit über 100.000 Stück davon verkauft. Und es sind einige dabei, die wirklich schon das Schlimmste verhindert haben. Das ist so, meine Damen und Herren. Und Leben retten, das ist wichtig auch für einen selber. Man hat ein viel sicheres Gefühl, wenn man so ein Handy dabei hat. Und da sind eben fünf Nummern drin. Sie haben auch gesehen, von oben nach unten, 1, 2, 3, 4, 5. Die dann automatisch eine SMS bekommen. Dann dauert es drei Minuten. Und wenn nach diesen drei Minuten keiner von den fünf geantwortet hat, dann geht es automatisch auf die 112, um das nochmal erklärt zu haben. Und wie gesagt, meine Damen und Herren, Sie müssen keine Hemmschwelle haben. Sie müssen keine Angst haben, wenn Sie jetzt, ich sage mal, jemanden gerufen haben auf der 112 und es war alles halb so wild. Sie haben keine Kosten. Es sei denn, man treibt natürlich Unsinn damit. Das gibt es natürlich auch, aber da sind die ganz fit. Das wissen die ganz genau. Ansonsten sind das sehr, sehr nette Menschen bei der 112, die wirklich nur eins wollen und zwar helfen. Und das tun die dann auch. Und deshalb bitte keine Angst haben, wenn sowas ist. Sie können die einspeichern. Sie können aber auch Folgendes machen, dass Sie eine andere Nummer einspeichern. Es muss nicht die 112 sein. Also das ist änderbar. Ich würde es, wenn es von mir ausging, würde ich die 112 drin lassen. Es gibt tatsächliche Situationen, sei es nun beim Kraxeln oben in den Bergen, dass man irgendwo runterfällt und sich ein Bein bricht. Oder ich steige aus der Badewanne aus und rutsche aus und kann nicht mehr laufen. Oder ich liege im Bett und bekomme, was weiß ich, ein Herzpipperl. Das sind alles solche Sachen, meine Damen und Herren, wo man dann, wenn man gerade alleine ist, und das geht ja vielen, vielen Senioren so, dass sie zu Hause alleine sind. Und wenn man sich nicht mehr helfen kann, dann ist das genau das Richtige. Deshalb auch eins machen, dieses Handy immer mit ans Bett nehmen und dort hinlegen, damit es jederzeit griffbereit ist. Das ist wichtig. Ganz genau. Deswegen haben wir eben jetzt hier auch unsere Schale mit dabei, wo Sie das Handy wunderschön reinstecken können. Und wir haben einen kleinen Film vorbereitet, um Ihnen mal zu zeigen, wie diese ganze Technik denn überhaupt funktioniert. Da sagen wir jetzt mal Film ab. Und das ist unsere Sia und der scheint es da gerade im Moment nicht wirklich gut zu gehen. Und die nimmt jetzt das Notruf-Handy und drückt länger als zwei Sekunden auf diese Taste. Lassen Sie sich nicht Ihren Tier irritieren, dass es ein anderes ist. Es funktioniert genauso. So, und jetzt schauen Sie mal. Jetzt werden die fünf angerufen, beziehungsweise kriegen... Die kriegen eine SMS, ganz genau. Und von der SMS aus kann man dann entweder sofort reagieren. Das ist ja eigentlich dann der Sinn und Zweck dieser Sache, damit einer von den fünf, deswegen sind auch fünf Nummern einspeicherbar, dann reagieren kann und sagen kann, man hilft. Und gesetzt den Fall, es wäre wirklich mal in einer Ausnahmesituation keiner der fünf erreichbar, dann ist eben die Option da zu sagen, okay, dann wird die 112 gerufen. Und Walter hat das gerade eben schon mal gesagt, natürlich können Sie anstatt der 112 auch eine andere Nummer einspeichern. Wenn Sie zum Beispiel dieses Senioren-Handy als Kinder-Handy benutzen wollen, wenn Ihre Kinder also mal auf dem Ausflug unterwegs sind, oder Sie einfach sagen, längerer Schulweg, ich möchte einfach, dass die Kinder eine Sicherheit mit dabei haben, dann kann man ja zum Beispiel auch anstatt der 112 die Büronummer vom Papa einspeichern, die normalerweise sonst nicht rausgegeben wird. All diese Dinge sind möglich. Und das Schöne ist auch, dass es von der Bedienung super ist. Die fünf wichtigsten Nummern kann ich eben auch direkt in der Anwahl sozusagen eingespeichert. Ich zeige Ihnen das jetzt mal. Wir haben jetzt hier mal unsere ganzen Moderatoren-Namen bei uns mit drauf. Wir können mit der Kamera mal drauf gehen. Und wenn ich jetzt bei Janna auf die 2 drücke, dann schauen Sie jetzt mal, was im Display passiert. Da gehen wir mit der Kamera mal ein bisschen hoch. So, da ist dann Janna eingespeichert. Und dann kann ich eben auch wirklich sagen, ich kann direkt anrufen. Die Bedienung ist super einfach, logisch aufgebaut. Es ist wirklich ein reines Notruf-Handy. Gerade für ältere Leute, die eben kleinere Tasten nicht mehr so gut sehen können, ist das eine tolle Sache. Aber natürlich, wenn Sie sagen, als Kinder-Handy, können Sie es auch jederzeit verwenden. Ich möchte noch mal wiederholen, bitte geben Sie Ihre Adresse, Ihr Alter und Ihren Namen ein, damit man Sie auch findet, falls etwas passiert, meine Damen und Herren. Und dieses Handy immer dabei haben, ist auch ganz wichtig. Keine Angst, wenn Sie auf die Knöpfe drücken, wird es automatisch dann, wenn Sie einen Rückruf bekommen, auf Lautsprecher gehen. Das heißt also, auch hier spricht es dann frei. Da brauchen Sie keine Sorge haben, dass Sie noch irgendwas bedienen müssen. Es reicht völlig aus, wenn Sie eben diese Tasten drücken. Beziehungsweise, wenn es ganz, ganz schlimm ist, drücken Sie mehrmals auf die rote, auf die SOS-Taste. Und dann geht es direkt auf die 112. Das Schöne ist natürlich, dass dieses Handy einen Signalton aussendet, wenn Sie auf die SOS-Taste drücken. Und das auf Lautsprechen auch passiert. Ich habe das in Bonn, in Köln mal erlebt. In der U-Bahn war unterwegs im Sommer, es war wirklich brüllheißend. Manchmal passiert das, leider Gottes auch bei der KVB, viele, die jetzt in Köln vom Fernsehen sitzen, werden sich gerade kaputt lachen, dass da mal die Klimaanlage im Sommer ausfällt. Und da ist eine ältere Dame mit Herz-Kreislauf-Problemen einfach umgekippt. Und manchmal ist es ja so, dass meistens dann umstehende Leute gar nicht reagieren. Gut, bei der älteren Dame haben sie reagiert, aber wenn es jetzt zum Beispiel bei einem jüngeren oder einem älteren Mann passiert, dass man dann vielleicht viele sagen, oh, der hat getrunken, nee, lassen wir mal, gehen wir auf Abstand, irgendwas in der Richtung. Ja, da kannst du einen Herzinfarkt haben, liegst auf dem Asphalt und die denken, du bist betrunken. Ja, ganz genau. Das kann natürlich sein. Deshalb bitte immer helfen. Ja, und das Schöne ist eben, man sieht wirklich auch hier, wenn auf die SOS-Taste gedrückt wird, kommt ein akustisches Signal. Das heißt, ihr Umfeld merkt also auch, dass da was nicht stimmt. Und das piept einmal und sagt dann dementsprechend, Garantruf, Notruf wird versendet. Und das ist auch gut verständlich für die Umgebung dann. Und dann haben sie eben auch wirklich die Gewähr, dass im Notfalle bei ihnen die umstehenden Menschen eben auch sehr schnell reagieren können. Vielleicht im Erstfall dann wirklich, ja, die Sekunden oder Minuten rauszuholen am Anfang, die einem dann wirklich das Leben retten können. So, da haben wir nochmal das Beispiel. Genau. Nochmal, das ist jetzt ein anderes Handy, ist aber völlig wurscht. Das hat auch einen Garantruf, nur wir haben ja im Moment das andere da, meine Damen und Herren. Und schau mal, jetzt ist die SMS rausgegangen und nun geht sie los und bringt ihr ihre lebenswichtigen Tabletten sozusagen. Ganz genau. Und wie gesagt, Notrufhandys sind viele ältere Herrschaften, haben heute so ein Handy, weil das einfach eine Sicherheit ist. Und in den meisten Fällen, Gott sei Dank, ist ja einer von den fünf, die dann eine SMS kriegen, auch immer erreichbar. Oder zwei, das ist eigentlich so gut wie noch nie vorgekommen, dass mal irgendwie gar keiner erreichbar war. Ja, deswegen sind ja auch fünf Nummern eingespeichert, die per SMS angeschrieben werden. Aber ganz am Schluss sollte es wirklich mal ganz arg werden oder Sie sagen, ich brauche Soforthilfe, weil ich einen Unfall hatte oder irgendwas, drücken Sie einfach dann mehrmals auf die SMS, auf die SOS-Taste. Dann sind Sie sofort bei der 112 und ansonsten wird Sie eben jemand zurückrufen, da bin ich mir sicher. Nehmen Sie Ihre fünf liebsten oder Ihre fünf vertrautesten Menschen, das sind meistens Familienmitglieder, ob eben Tochter oder Sohn oder Vater, können auch natürlich jüngere Leute sein, die dann Ihre Mutter oder den Vater eingeben, meine Damen und Herren. Und dann, wie gesagt, werden diese fünf Nummern angerufen und die schicken dann ein SMS, eine SMS zurück, wenn Sie erreichbar sind. Sollten Sie nicht erreichbar sein, nach drei Minuten automatisch 112 und bitte keine Hemmschwelle. Haben Sie keine Angst vor der 112, das ist nichts Schlimmes. Sie kriegen keine fette Rechnung hinterher, auch wenn, ich sag mal, wenn Sie sich vielleicht ein bisschen überschätzt haben oder so. Es sei denn, es sind Leute, die machen auf so einer Party oder am Geburtstag irgendwelche Faxen. Die müssen dann natürlich lönen. Aber wenn es ernst gemeint ist, meine Damen und Herren, umso besser sagen die Leute dann, dass sie uns geholt haben, auch wenn es nicht so schlimm war. Deshalb bitte die 112. Sie können sie aber rausmachen, Sie können die Nummer auch ändern, wenn Sie das möchten. Nur, ich sehe da mehr Sinn drin, wenn wir die 112 tun lassen. Ja, definitiv. Artikelnummer. Ja, BX 3484, die 569. Und ich würde sagen, wenn Sie Ihre Lieben schützen wollen, dann rufen Sie jetzt an und holen Sie sich eins von den Handys. Und ich würde sagen, wenn Sie das nicht machen, dann rufen Sie das nicht.